Morgen hier in Zindelfing, in unserem Gemeindesaal, begrüßen zu dürfen. Auch wenn wir mit Abstand hier sitzen müssen, sind wir doch verbunden durch die Liebe Gottes, durch seinen Geist, auch mit euch allen zu Hause. Und hier ist es tatsächlich vor Ort auch richtig international. Deswegen habe ich ein kleines Ratespiel für euch mitgebracht. Ich werde jetzt mit meinen besten Femmsprachenkenntnissen euch in verschiedensten Sprachen, die hier entweder vertreten sind oder Einzelne dieser Sprache mächtig sind oder irgendeinen historischen, ethnischen Bezug haben, versuchen in dieser Sprache zu grüßen. Und ihr, die ihr alle zu Hause seid, dürft versuchen zu erraten und dann unten im Chat, diese Bewegung wollte ich schon immer mal machen, das dann reinschreiben bitte in den Chat, ob ihr mich versteht, in welcher Sprache ich euch jetzt gleich grüßen werde. Ferner, alle wieder, die ihr zu Hause seid, fühlt euch frei, auch einen Multikulti-Gruß zu setzen. Keine Sorge, das wird nachher auch nicht öffentlich sein, das ist nur hier und jetzt. Nachher, wenn dieser ganze Stream hoffentlich vollständig auch im Internet, in YouTube bleiben darf, dann wird dieser Chat als solches nicht mehr angezeigt. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr nicht nur einen Gruß absetzt, mich persönlich würde auch sehr interessieren oder auch alle hier, falls ihr Gäste seid im Internet, woher habt ihr diesen Gottesdienst heute erfahren, wie habt ihr das mitbekommen, von wo kommt da ja Gruß, wie habt ihr davon erfahren, das würde uns auch unheimlich ermutigen, wenn ihr uns das teilen würdet. Und so können wir verbunden sein über die modernen Technik, die wir heute haben und somit Überwinder des Social Distancing sein, auch wenn es deutlich besser wird. und somit auch durch diese internationale, bunte Vielfalt, die wir haben, auch ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Ich fange an in alphabetischer Reihenfolge, also nicht alphabetisch in der Sprache, sondern einfach wie der Wortlaut des Grußes, Guten Morgen Grußes, in der entsprechenden Sprache ist. Ich fange an. Buna di Mignacza. Das kann ich jeden Sonntag hier üben, und zwar reichlich. Bonjour. Dobre utra. Dann, Djen dobre. Good morning, das versteht jeder. Günaydın, versteht auch der eine oder andere hier. Ich wollte gerade sagen, Guten Morgen, aber Guten Morgen heißt es auf Deutsch. Joregeld. Wirklich, so eine Person gibt es jetzt hier nicht, aber mit Bezug dazu zumindest. Dann Mabuhai. Da kriege ich plötzlich Aufmerksamkeit hier. Rojbash. Oben. Nein. Ich dachte, die Sprache gäbe es auch. Dann ist es ein Missverständnis. Jetzt kommt das anspruchvollere Teil hier. Cao Shanghao. So, Nächste. So Beker. Er meldet sich. Es hat geklappt. Dann, last but not least, das am meisten Herausfordernde. Ich habe hier eine sehr kritische Schwester hier, wenn es um die Aussprache geht. Seht es mir nach. Sabahu el-Kahir. Khahir. Ja, aus der tiefsten Kehle muss das kommen. In diesem Sinne möchte ich auch ganz herzlich willkommen heißen unserem Bruder Yassir Erik, der unser Werbemaskottchen gewesen ist im Internet und überall. Schön, dass du so kurzfristig Zeit hast mit deiner Assistentin und Ehemann dazu und Freunden dazu. Ich freue mich sehr, 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 dass ihr da seid, dass ihr gesund und munter und fröhlich hier sein könnt. Und so sind wir insgesamt mit circa 13 Sprachen hier vertreten. Halleluja. Genau, und last but not least, ihr musstet vorher ja alle ganz still und gespannt warten. Das ist ja alles ganz komisch, wenn man wegen Corona Abstand halten muss. Da gibt es kein Umarmen, Begrüßen, und alle sitzen brav an ihren Abstandsregeln, einhaltenden Plätzen und sind ganz ruhig und ein Stück weit vielleicht auch aufgeregt. Jetzt habt ihr aber, liebe Geschwister, hier im Saal die Möglichkeit, und zu Hause könnt ihr immer noch weilig da ranten reinschreiben. Und ihr dürft jetzt in einer Sprache von euch, euren nächstbesten Nachbarn in alle Richtungen, guten Morgen, güneiden, dobro jutro und wie auch immer. Das war jetzt eine Sprache, die ich dazu erfunden habe. Aber egal, ihr versteht, was ich meine. Seid so frei und ihr dürft auch ganz kurz aufstehen und euch umdrehen. Aber spuckt nicht die anderen an, ja, damit wir hier nicht uns gegenseitig infizieren. Lockert euch einfach mal. Grüßt eure Nachbarn, bitte. Ja, ein herrliches Bild hier, das müsstet ihr sehen. Guten Morgen. Ich weiß. So, jetzt haben sich alle beruhigt. Und ich lese passend dazu auch einen Leitvers dazu, unter das ich auch heute als Motto diesen Gottesdienst gerne stellen möchte. In der türkischen Sprache gibt es sogar auch ein Loblied, das genau diesen Bibelfers zur Grundlage hat und wir den wie einen Schlager fast gefühlt jede Woche immer früher gesungen haben. Das wollen wir jetzt aber hier nicht machen. Das würde euch überfordern. Aber ich lese euch den Bibelfers dazu vor. Der fängt an in Offenbarung, Verse 2 genau genommen. Aber ich steige gleich bei Vers 3 an. Und sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprachen Groß und wundersam sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiden. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen. Denn du bist allein heilig, denn alle Heiden werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Ich denke, das können wir hier gut nachvollziehen, dass das schon Wahrheit wird und sich erfüllen wird. Um wie viel schöner wird es dann im Himmel sein. Ich möchte mit uns kurz beten und diesen Herrn die Ehre geben. Wir dürfen gerne dazu aufstehen, wenn ihr möchtet. Liebender Vater im Himmel, König der Völker, du hast uns alle wunderbar gemacht, auch wenn wir es schon von Anfang an vermasselt haben und in Sünde gefallen sind, aber du hast schon von Anfang an auch den Ausweg schon dafür bereit gehabt. Danke für deinen Sohn Jesus Christus, dass du ihn uns gegeben hast, Herr. Danke, dass er unsere goldene Mitte ist, Herr, dass wir ihm folgen dürfen, ihn kennenlernen dürfen und dass wir wirklich erlöst sind, Herr Jesus Christus, durch dein Opfertod am Kreuz von Golgatha. Danke, dass du bereit warst, im Gehorsam dem Vater gegenüber dein Leben zu lassen, Herr. Danke für deinen Liebesbeweis und dass du wirklich, ja, mutig diesen Weg gegangen bist. Du hättest es nicht tun müssen, Herr, aber aus lauter Gnade und Güte und Barmherzigkeit hast du es vollbracht. Und du bist aber nicht tot geblieben. Du hast den Tod besiegt, den Sünde und auch den Teufel. Du bist auferstanden in Macht und Herrlichkeit und du lebst jetzt, Herr. Und wir dürfen einem lebendigen Gott folgen, der nicht in einem Grab geblieben ist, sondern eben auferstanden ist. Und so freuen wir uns, dass du jetzt auch heute dieses Leben durch deinen Geist gibst, Herr, und in unserer Mitte bist. Sei du jetzt mit uns, segne uns und führe durch deinen Heiligen Geist, durch diesen Gottesdienst. Und sei auch bei all den anderen Geschwistern, die nicht heute hier sein können. Sei es, weil sie alt oder betagt sind oder krank sind oder traurig sind oder gebrechen haben, Herr. Sei du ein liebender Vater und tröste auch für sie. Sei aber auch mit all den Geschwistern in der weiten Welt, die nicht so eine Freiheit haben, wie wir hier heute, Herr. Dass wir uns in Freiheit einfach ohne Verfolgung erleiden zu müssen, ohne Angst haben zu müssen, versammeln können, Herr. Sei auch bei diesen Geschwistern in ganz besonderer Weise und auch bei all den Gästen und Zuschauern, die jetzt zu Hause im Internet das verfolgen dürfen. Danke für deine Liebe und Güte und dass du jetzt hier bist. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Genau, wir machen jetzt weiter, gleich mit zwei Liedern, die wir hintereinander weg singen werden. Online, ihr lieben Besucher und Geschwister, werdet ihr das wie gewohnt in den letzten Wochen per Playback abgespielt bekommen. Bei dem ersten Lied, seht es uns nach, haben wir aus technischen Gründen leider zu Hause keinen Text für euch, aber die Gemeindeglieder können ihre Liederbücher zücken. Das wird das Lied Nummer 261 sein, Wunderbarer König. Und danach werden wir international, Multikulti, Heveno Shalom Aleichem singen. Und das werden wir viermal machen, mit Karacho. Und werden immer schneller werden. Und wir werden dann, einigen wir uns auf Hebräisch-Deutsch, Hebräisch-Deutsch, okay, in der Reihenfolge. Und dadurch, dass der Livestream ein bisschen anders vielleicht vom Tempo laufen wird, kann es sein, dass wir entweder früher fertig sind oder später, oder die Senta, wenn sie uns mit dem Klavier so in Fahrt bringt, dass wir gar nicht mehr aufhören wollen. Mal schauen, wie das läuft. Von daher wünsche ich uns jetzt viel Freude und Gottes geistlichen Beistand beim Singen zu seiner Ehre. Es wird dann projiziert, das zweite Lied. Beide bei uns. Entschuldigung. Beide bei uns. Beide bei uns. Beide bei uns. Beide bei uns. Untertitelung des ZDF, 2020 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 an Arbeit leistet oder an Lehrvorträgen macht. Was wäre für dich die ideale Zusammensetzung einer Gemeinde und wie findest du es hier so kulturreich? Die ideale Setzung der Gemeinde für mich ist genauso, was in Offenbarung steht. In Offenbarung 5.9 steht und ist eigentlich die zukünftige Gemeinde und wir sollen das schon jetzt hier üben. Von allen Sprachen, von allen Kulturen, von jeder Nation auf dieser Erde. Versammelt um Jesus Christus. Nicht um das Christentum und nicht gemeindemäßig, sondern um Jesus Christus. Und glaub mir, wenn wir alle zu Jesus Christus kommen, dort treffen wir uns. Und deswegen, wenn ich von Integration rede, man kann Deutsch reden, man kann auch Spätzle essen, man kann auch Sauerkraut verkraften und so weiter und so fort, aber das bringt uns nicht zusammen. Was uns absolut zusammenbringt, ist Jesus Christus. Und deswegen glaube ich, dass Gemeinde der beste Ort ist, wo Integration passieren kann. Nämlich, wir sind Geschwister. Wir sehen total anders aus, aber wir haben einen Vater. Ob wir das wollen oder nicht, das endet die Tatsache nicht. Und das wünsche ich mir, dass wir einfach von allen Nationen, von allen Kulturen, und da zeigen wir es in dieser Welt, nur Christus kann so etwas schaffen. Niemand, niemand, nicht die Regierung, nicht die Politik, nicht die Integrationskurse. Niemand kann diese Einheit schaffen, nur Jesus Christus. Selbst bittere Feinde können da zusammenkommen plötzlich. Absolut, absolut, nur Christus. Das habe ich in meinem Leben erfahren, ich werde später davon auch erzählen. Okay, dann die Frage habe ich, zwar nicht offiziell, aber hätte mich trotzdem interessiert. Du kannst es sich stellen. Nein, wenn du danach darauf eingehst, dann freue ich mich schon drauf. Vielleicht vergisst es das. Ich sage nur, also was ich von deinem Zeugnis kenne, den Zachariah, das würde ich mir wünschen, wenn du das vielleicht teilst später. Letzte Frage. Wir sind in Corona-Zeiten, natürlich darf dieser Superstar nicht ignoriert werden. Was macht Corona mit den Menschen oder gar mit dir? Oder andersrum gefragt, was hat Corona mit Gott zu tun? Was hat Corona mit Gott zu tun? Erstens, ich glaube nicht, dass Gott Corona sozusagen für uns gebracht hat. Ja, wenn das ein Virus, dieser Virus wird durch irgendeine Laboren sozusagen zusammengestellt. Das ist nicht die Idee von Gott. Aber Gott kann Corona gebrauchen. Und er hat Corona in meinem Leben gebraucht, indem er mich sozusagen plötzlich gebremst hat. Ich war so viel unterwegs, weil ich habe viele Sachen gut gemacht und auch im Sinne Gottes, das einfach Menschen zu dienen, mit Jesus Christus unterwegs. Aber plötzlich wurde ich einfach gebremst von 100 auf 0. Und da habe ich das Erste, was ich mich gefragt habe. Gott, was willst du zu mir sagen? Ja. Und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit, dass ich auch meine Prioritäten, auch die Sachen, die ich sozusagen bis jetzt geführt habe, könnte ich sie analysieren, mir im Gebet zu bringen. Und mit Sicherheit nach Corona-Business wird nicht als usual. Ja. Das heißt, alles, ob Gott uns ein Reset-Button, ich weiß nicht, in den Geräten gibt diese Reset. Ja. Er hat das einfach so gedruckt. Ja. Ja. Und dann plötzlich konnte ich andere Sachen besser genießen. Und ganz am Anfang von Corona-Zeit lief ich rein bei uns zu Hause und ich sehe einfach ein Bild, das sehr schön ist. Und dann habe ich einen von meinen Kindern gefragt, ja, das Bild sieht schon aus. Und mein Kind hat zu mir gesagt, Papa, dieses Bild hängt hier seit fast zwei Jahren. Ja. So blind kann man durch die Gegend gehen. Und von daher, ich bin sehr dankbar, dass diese Zeit da ist. Aber auf der anderen Seite auch die Menschen, die krank sind, die Menschen, die leiden müssen. Dafür müssen wir beten und ich würde auch ein paar Worte dazu in meinem Predigt sagen. Ja, ich denke, vielen geht es tatsächlich so. Und auch für mich persönlich habe ich so einen kleinen Slogan auch in der Zeit, sage ich mal, ist mir wichtig geworden. Es ist wichtiger, Termine mit Gott zu haben, anstatt für Gott allein. Wir können gut gemeint durch die Welt rennen, aber eigentlich doch ein bisschen gottlos dann Gefahr laufen, gottlos zu laufen. Super, vielen Dank. Und Gott, gib uns eine Chance. Oft sagen wir, Gott, wir vertrauen dich und was weiß, eigentlich diese Zeit wird diese Aussage geprüft. Genau. Ja, wir haben alle unsere Pläne. Ja, und hier in Deutschland, die Menschen sind bekannt, man macht Pläne und Pläne, die man fühlt sich durch. Ja, und wir sagen Gott, wir vertrauen dir und diese Zeit, diese Aussagen werden geprüft, ob wir das wirklich meinen oder das einfach ein frommes Rede und so weiter und so weiter und so weiter. Genau. Vielen Dank für den Einblick und für die klaren Worte. Dann würde ich auch nahtlos dich auch gleich weitermachen lassen mit dem Wort Gottes und würde mit uns ganz kurz auch nochmal beten, dass Gott in unseren Herzen spricht. Wir dürfen sitzen bleiben dazu. Ja, lieben Vater im Himmel, nochmals wollen wir dir Danke sagen, dass wir heute hier versammelt sein dürfen, dass wir heute auch ganz viele besondere Menschen hier haben dürfen. Ja, einzigartige Menschen, die du wunderbar geschaffen hast. Und danke, dass du auch Einzelne berufst, in die Nachfolge und auch dir zu dienen. Und so wollen wir heute auch aus deinem Wort schöpfen, daraus lernen, Herr. Herr, segne bitte, Bruder Yassir, dass er in unsere Herzen spricht und dass der Geist Gottes durch ihn wirken kann, Herr. Gib du ihm die Vollmacht und auch den Freimut, das zu sagen, was er von dir zu hören bekommen hat. Bitte segne ihn und stärke ihn und öffne auch unsere Herzen, die wir jetzt hier im Saal sein dürfen, vor Ort. Sei auch oben im Eltern-Kind-Raum, auch dort mit den Gästen, Herr, auch mit den Kindern. Und sei auch bitte mit all den Zuschauern im Internet, dass du sie genauso reichlich segnen möchtest. Amen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank auch für die Einladung. Hier zu sein ist für mich ein Vorrecht und mein Bruder Sami. Ich habe einfach diese Corona-Wucht immer wieder neu erfahren und besonderer sind die Begegnungen. Ich meine, vor Corona, wenn ich Sami treffen würde, wir würden sehr, sehr lange Zeit verbringen, um uns zu begrüßen. Ein Küchen von hier und von dort, um Armen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt man und sagt einfach nur, hallo, in diesen Zeiten oder in etwas so, merke ich, wie gravierend diese Corona für uns ist. Ja, und diese ganze Social Distance, die zwischen uns Geschwistern, zwischen uns, also das Leib Jesu Christi. Aber ich glaube, das größte Problem ist nicht diese Social Distance zwischen uns, sondern diese Distanz, die wir zu Gott haben, diese Welt zu Gott hat. Und ich bin heute hier nicht, weil ich irgendetwas besser weiß als ihr oder als sie, sondern weil Jesus Christus mein Leben verändert hat und hat mir eine neue Perspektive gegeben. Und diese Distanz zwischen mir und ihm wurde durch Jesus Christus überbrückt. Und deswegen wünsche ich jeder von uns heute, der hier sitzt oder der zu Hause sitzt, dass wir uns einfach sicher sein, dass wir keine Distanz zu Gott haben oder dass Gott eine Distanz zu uns hat, sondern durch Jesus Christus, dass wir zu ihm kommen können. Heute möchte ich nicht nur meine Geschichte mit euch, mit ihnen teilen, sondern ich möchte über die Geschichte Jesus in meinem Leben reden. Ich habe vorher im Interview diesen klaren Unterschied gezeigt zwischen Jesus im Islam und Jesus in der Bibel. Jesus im Koran, den ich gekannt habe, guter Prophet, guter Mensch, hat viele gute Taten getan. Aber er ist nicht derjenige, der den Tod besiegt hat. Nicht derjenige, der uns diese Distanz zu Gott überbrückt hat, sondern nur ein guter Mensch. Und dieser Jesu Christi kann uns nicht retten, sondern nur derjenige, der von sich sagte, Ich bin und er war bei Gott, der Weg und die Wahrheit und das Leben, das Licht dieser Welt, der kann diese Welt verändern. Und diese Wahrheit ist nicht mit unserem kognitiven Wissen zu verstehen. Damals, als ich Muslim war, ich habe das versucht, aber ich bin gescheitert. Wir können nur durch den Heiligen Geist, wir können nur durch Gott, Jesus Christus zu erkennen. Und deswegen lade ich euch ein, egal was wir machen, sollte Jesus im Zentrum unserer Leben sein. Unsere Gebete, unsere Gottesdienste, zu Hause, alles was wir machen. Wenn Jesus Christus nicht das Zentrum ist, dann spielen wir Gottesdienste, dann spielen wir Frömmigkeit, dann sagen wir irgendetwas. Nur wenn Jesus in unserer Mitte ist, das macht den großen Unterschied. Als ich Muslim war, habe ich auch an Jesus Christus geglaubt. Und jeder Muslim glaubt an Jesus Christus übrigens. Aber was heißt das? Ich glaube nicht an ihn, der Retter oder der Heiland ist, sondern an ihn Menschen. So glaube alleine, das hilft nicht, sondern wir müssen ihn persönlich kennenlernen. Kennenlernen und tagtäglich, dass wir uns an ihm anwenden. Deswegen, bevor ich erzähle, was Jesus in meinem Leben getan hat, ich will einfach über ein Bibelwort ein paar Gedanken machen, weil das Wort Gottes hat mich verändert, hat mein Leben verändert. Ich bin Christ geworden, nicht weil der Islam falsch ist. Ich bin Christ geworden, nicht weil der Islam irgendein Problem hat. Ich bin Christ geworden, nicht weil ich sauer auf den Islam und so weiter und so fort. Ich bin Christ geworden, weil Christus mein Leben verändert hat. Weil er durch sein Wort zu mir gesprochen hat. Und Jesus Christus in der Bibel ist mit niemandem zu vergleichen. Er steht alleine, völlig alleine. Und deswegen will ich einfach von Anfang an sagen, ich bin Christ geworden. Das heißt nicht, ich habe von einem Club zu einem anderen Club gewechselt, von einer Religion zu einer Religion gewechselt, von einer Gruppe zu einer Gruppe gewechselt. Nein, ich bin ein Nachfolger Jesu Christi geworden. Nicht weil ich klug bin, nicht weil ich das wollte, sondern das Gegenteil. Ich wollte Jesus Christus nie in meinem Leben haben, aber er hat mich gesucht. Und weil er mich gesucht hat, begegnet er mich. Und weil er mein Leben verändert hat, bin ich heute Morgen hier. Nicht wegen irgendetwas, sondern nur weil Christus mein Leben verändert hat. Und diesen Christus wünsche ich jedem von uns hier heute. Auch in dieser Corona-Zeit, auch in dieser schwierigen Zeit, in der diese Welt darunter geht. Ich wünsche uns allen Christus und Christus alleine. Ich habe einfach ein Bibelwort mitgebracht, weil die Bibel hat mein Leben verändert. Ich habe ein sehr gebrochenes Verhältnis zur Bibel. Ich habe immer gedacht, die Bibel wurde verfälscht. Und die Christen haben einen falschen Glauben. Aber als ich zum ersten Mal die Bibel gelesen habe, Gott hat mein Herz berührt. Und darum möchte ich einfach einen Bibelvers vom Alten Testament mit euch lesen. Einen Bibelvers, die meine Situation damals beschrieben hat. Und das ist mein Gebet bis heute. Dieser Bibelwort kommt von Hesikiel, Kapitel 36 und die Verse 26. Das ist ein sehr, sehr bekannter Vers. Dort steht wortwörtlich, Gott spricht. Nicht irgendjemand, nicht ein Prediger, nicht ein Präsident, nicht ein König, nicht irgendjemand. Sondern Gott spricht. Adonai spricht hier zu uns. Und wenn er redet, wir müssen hören. Und nicht nur hören, gehorchen. Nicht nur gehorchen, sondern wir sollen Täter des Wortes sein. Und nicht nur, dass wir etwas zur Kenntnis nehmen. Und dort steht, Gott spricht. Das ist die Verheißung, die Gott uns gegeben hat und immer noch gibt, auch in dieser Corona-Zeit. Hesikiel, dieser Prophet, der Priester, der Sohn Boaz. Sein Name bedeutet, Gott wird stärken. Gott wird stärken. Oder Gott gibt mir Kraft. Oder Gott stärkt mir. Oder Gott wird hart machen. Und das ist mein Gebet für uns allen in dieser Zeit. Woher kriegen wir unsere Kraft? Von den Nachrichten, die uns jeden Tag in diese Richtung schicken und in andere Richtung schicken. Und wir haben das gerade gemerkt. Wir können nicht normal Gottesdienst feiern. Wir müssen immer sehen, welche Nachrichten, welche Gesetze und so weiter und so fort. Ich bin auch dafür, dass wir die Gesetze halten und Ordnung. Und das ist alles in Ordnung. Aber wenn es uns Kraft gibt, dann sind wir sozusagen in einem großen Elend. Was gibt uns Kraft in dieser Zeit? Was gibt uns Orientierung in dieser Zeit? Was trägt, was prägt uns in dieser Zeit? Angst von der Zukunft? Von der Vergangenheit? Unsere Arbeitestelle, die in Gefahr ist. Was gibt uns Kraft heute zu Tag? Dieses Buch Hesekiel erinnert uns, dass Gott will und möchte uns Kraft geben. Und ich hoffe, dass jeder von uns heute seine Augen hoch erhebt und sagt, Herr Jesus, bitte gib mir Kraft. Gib mir Kraft, wie ich mit meinen Kindern umgehe, meine Frau, die Familie, die Gemeinde. Und das Elend, was ist in diesem Land, was in diesen Tagen, die wir uns erlebt haben. Diese Social Distance. Die Menschen, die wir lieben, wir durften sie nicht besuchen. Die Kranken, die Menschen, die uns bedeuten, wir könnten mit ihnen nicht so frei umgehen wie früher. Nur Gott kann uns Kraft geben. Das Buch Hesekiel fängt mit einer sehr, sehr interessanten Aussage, indem er mit den Zeiten, Zeitangaben, fängt mit den Zeitangaben an. Und er sagt in Hesekiel 1 im 30. Jahr am fünften Tag des vierten Monats, Dort werden die Zeiten, die Orte, die Geografie genannt. Und das hat mich in der Bibel fasziniert, als ich die Bibel zum ersten Mal gelesen habe. Die Bibel hat mich fasziniert, weil dort begegnet ich einem Gott, der in Raum und Zeit gehandelt hat. Das ist völlig anders als Allah, der das Universum geschaffen hat. Er sitzt irgendwo, er greift nicht in Raum und Zeit. Und hier finden wir einen Gott, der die Zeiten nennt. Ein Gott, der seinen Thron verlassen hat, Mensch geworden. Ein Gott, der sich selbst als Immanuel genannt hat. Der mitten unter uns ist. Ein Gott, der mit uns unterwegs ist, auch in dieser Zeit von Corona. Ein Gott, der ein Interesse in deinem Leben, in ihrem Leben, in meinem Leben hat. Ein Gott, der ihm, was wir durchgehen momentan, ist ihm nicht egal. Deswegen fängt dort Ezekiel mit diesen Zeiten im 30. Jahr im fünften Monat. Die Zeiten in der Bibel haben immer eine Bedeutung. Immer eine Bedeutung. Und diese Bedeutung, nur Gott gibt die Zeiten diese Bedeutung. Ich hoffe, dass wir die Zeiten deuten können. Dass wir einfach, was um uns geht momentan, dass wir schauen und sagen, was ist hier los? Ich hoffe, dass wir die Zeiten deuten können, genauso wie die Kinder Esacher im Alten Testament. Diese Kinder Esacher, eine kleinere Gruppe. Und sie haben eine Besonderheit. Im Buch Koronik steht, unter ihnen waren Männer, die die Zeit verstanden haben und wussten, was Israel zu tun hat. War ein besonderes Volk innerhalb der Israeliten. Ihre Spezialität war, dass sie einfach die Nachrichten hören. Dass sie die Zeitung lesen. Dass sie einfach sehen, was los ist. Und Gott gab ihnen diese Weisheit zu Israel zu sagen, was ist los, was wir zu tun haben. Und da wünsche ich mir, dass Gott, dass Gott unter uns auch Frauen und Männer unter uns findet und berufen darf, die uns helfen, die Zeiten richtig zu deuten. Momentan stecken wir in eine sehr, sehr schwierige Zeit dieser Pandemie, die uns alle gebremst hat, die uns alle in Panik versetzt hat. Selbstverständlich, tagtäglich bete ich für die Menschen, die krank sind. Für die Menschen, die durch diese Pandemie betroffen sind. Und wir sollen einfach für diese Menschen beten, in Deutschland, in Europa und auch weltweit. Wir sollen auch unsere Masken tragen. Wir sollen auch diese Maßnahmen sozusagen einhalten. Aber ich glaube, wir brauchen etwas tieferer als das. Als Gemeinden, wir sollten einfach Gott fragen, was möchtest du von uns haben in dieser Zeit? Warum gehen wir durch diese Zeit? Statt dass ich dort sitze und klage und sage, ich kann nicht mehr reisen, ich kann nicht mehr meinen Dienst machen. Ich muss dort sitzen und sage, Herr, was möchtest du? Hilf mir, diese Zeit zu deuten. Hilf mir, Herr, eine neue Orientierung zu bekommen. Zeiten zu deuten, um zu verstehen, was möchte Gott mit uns haben in dieser Zeit. So, Hesekiel war in einer schwierigen Zeit damals. Ich war auch in einer schwierigen Zeit damals im Sudan, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Ich war so weit weg von Gott. Und dann kam die Zeit, als Gott sich für mich offenbart hat. Kam die Zeit, als Gott auch mit Hesekiel gesprochen hat. Und kam auch die Zeit, als auch jemand, der fast in einer ähnlichen Situation war, nämlich Daniel, der auch in einer Schwierigkeiten war. Im Buch Daniel lesen wir dort, der mächtigste Mann, der König, der so wichtig war. Die Obermacht zur damaligen Zeit, Nabuchos Nasser, der sozusagen alles machen konnte. Er hat sich erlaubt, nach Jerusalem zu gehen und die Israeliten zu verschleppen. Er konnte jeden Krieg gewinnen. Er war der mächtigste Mann auf dieser Erde. Wenn man ihn mit heutzutage vergleicht, er kann einfach Trump und Merkel und die Europäer und die Kneser und so weiter und so fort. Alle in einer Person. Der mächtigste Mann auf dieser Erde. Er konnte alles machen. Und eines Tages wurde er Lehm gelegt. Genauso wie wir. Nabuchos Nasser hat eines Tages einen Albtraum. Sie können das, und ihr könnt das im Buch Daniel 2 lesen. Er hat einen Albtraum. Durch diesen Albtraum, sein Geist so erschreckt, sagt die Bibel, dass er aufwachte und er hat schlaflose Nächte. Er hat Macht. Er hat Möglichkeiten. Er hat alles, was man damals haben könnte. Und trotzdem könnte er nicht schlafen. Weil ein Traum zu ihm gekommen ist. Er wusste nicht, was dieser Traum bedeutet. Und er war in Panik. In Panik suchte er Hilfe. Bei den Schriftgelehrten. Bei den Zauberern. Bei den Experten. Seine Zeit. Aber diese Menschen könnten ihm nicht helfen. Sie könnten seinem Traum nicht helfen. Und sie sagen zum König, wir können dir nicht helfen. Sie haben ihre Grenzen erkannt. Und sie sagten zum König, du verlangst etwas von uns, was nur die Götter tun können. Wir sind Experten, ja. Wir haben Weisheit, ja. Aber wir erkennen unsere Grenze. Und ich glaube, das ist, was Gott uns durch diese Corona zeigen möchte. Wir leben in einem Land, wo Gott uns mit vielen Möglichkeiten geschenkt hat. Wir leben in einem Land, wo mehr als 70 Jahre Frieden. Kein Krieg. Jeder wird respektiert und jeder hat seinen Platz in diesem Land. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wir leben in einem Land, wo fast alles, was man plant, gelingt. Die Menschen. Wir leben in einem Land, wo Gott uns mit vielen Sachen gesegnet hat. Und statt, dass wir dankbar sind, wir versuchen allmählich Gott von der Mitte unserem Leben wegzutreiben. Wir wollen ihn nicht mehr haben. Im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und statt, dass wir sagen, dass diese Prinzipien von der Bibel kommen und dass die Würde des Menschen hat mit Gott zu tun, weil jeder Mensch in ebenem Bild Gottes geschaffen worden ist, wir nehmen einfach Kredit und sagen, ja, das ist unser eigener Gedanke. Demokratie ist unser eigener Gedanke. Nein, Gott hat seine Hand über dieses Land gehabt hat. Und wir sollen Gott nicht wegtreiben. Und deswegen bete ich in dieser Zeit, dass wir nicht nur wie in der Buches Nasser die Experten und allen die Menschen, die um uns sind, zu fragen. Jeder Mensch wird gefragt. Der Einzige, der unsere Regierung momentan nicht fragt, ist Gott. Wer kommt und fragt Gott, was ist los mit dieser ganzen Pandemie? Was ist los mit uns hier ist? Und wenn wir denken, dass wir für jedes Problem eine Lösung haben, dann irren wir uns. Ich weiß, diese ganze Geschichte Made in Germany und dass Sachen uns gelungen hat. Wir sollen Gott dafür danken, aber es wird uns nicht alles gelingen, weil es gibt Sachen, die nur Gott in unserem Leben tun kann. Und keiner von uns kann das erst schaffen. Und hier in dieser Geschichte kommt Daniel im Spiel. Daniel suchte bei Gott seine Zuflucht. Und Gott hat ihm einen Traum, die Deutung gegeben. Daniel hatte längst erkannt, dass nur Gott, dass Gott hat alle Fäden in der Hand. Nicht die Magien, nicht die Experten und nicht die Menschen, die uns in Angst versetzen möchten. Gott hat alles in seiner Hand. Und dann sagte Daniel, er, meinte Gott, er endet Zeit und Stunde. Nicht Corona hat uns gebremst, sondern Gott hat uns gebremst. Und er will, dass wir mit ihm in eine Tiefe gehen. Und Daniel sagte, er, Gott, er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist das Licht. Nur bei ihm. Diese Corona hat viele Sachen in meinem Leben offenbart. Mein Vertrauen zu Gott. Meine ich wirklich die Worte, wenn ich sage, Gott lenke meine Wege? Meine ich wirklich, wenn ich zu ihm sage, ich vertraue dir? Meine ich wirklich, wenn ich bete und sage, unser tägliches Brot gibt uns heute? Meine ich wirklich, wenn ich mit Gott rede? Oder ich habe immer hier und dort Lösungen, die ich sozusagen eingreifen kann? Wenn Corona eine Sache in unserem Leben offenbart, er hat offenbart, wie bankrupt sind wir, wie, wie, dass wir einfach leer sind. Ein Virus, was wir nicht sehen können, versetzt uns in Angst. Gott, er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist Licht. Und ich hoffe, dieses Licht Gottes, dieses Licht Jesus Christus, der sagte, ich bin das Licht dieser Welt, dass er uns auch in dieser Zeit, als Familie, als Gemeinde, als Volk Gottes, das Gott uns führt. Das Buch Hesekiel fängt nicht nur mit den Zeiten an, sondern er beschreibt auch die Lage, wo diese Menschen waren. Und er sagte, da ich war unter den Gefangenen ein Fluss Keba. Hesekiel war Migrant, in Gefangenschaft, weit weg von seiner vertrauten Umgebung, seiner Mitmenschen, seiner Kultur. Jerusalem war nicht mehr, der Tempel zerstört und die Stadtmauer am Boden. Wo war Gott bei allendem gewesen? Und was war aus seiner Verheißung geworden? Fragte sich Hesekiel in diesem Tal. Keba. Dieser Fluss Keba, nennt sich auf Arabisch Nahr al-Khabur, liegt genau zwischen Syrien und Irak, wo die IS Tausende von Menschen umgebracht hat in diesen letzten Jahren, wo Menschen verfolgt sind. In diesem Tal des Todes war Hesekiel, verschleppt, in Gefangenschaft, weg von zu Hause. Weg von allem, was ihm je wichtig war. Und Gott hat mit ihm in dieser Zeit gesprochen. Als ich Muslim war, ich war auch in Gefangenschaft. Obwohl ich sehr, sehr religiös war. Aber ich habe Gott nicht gekannt. Ich habe gebetet, aber ich habe Gott in meinem Leben nicht erfahren. Ich habe gefastet, aber mein Fasten hat mir nicht zu Gott gebracht. Ich habe viele guten Taten getan und trotzdem war ich in Gefangenschaft. Gefangenschaft, weil ich nicht wüsste, wenn ich sterbe, was wird mit mir passieren. Gefangenschaft, weil ich nicht wüsste, hat Allah meine Gebete erhört oder nicht. Gefangenschaft, ich könnte Menschen nicht vergeben, ich könnte Menschen nicht lieben. Ich habe Menschen sortiert, Gläubige und Ungläubige, Menschen, die leben dürfen, Menschen, die nicht leben dürfen. Und es war eine Gefangenschaft der Religion. Und Religion kann eine Gefangenschaft sein, egal wie diese Religion heißt. Typische Merkmale der Religion, dass der Mensch wird aufgefordert, etwas vor Gott zu tun. Und der Mensch sucht Gott. Nur in der Bibel, nur im Neuen Testament finden wir einen Gott, der den Mensch gesucht hat. Ein Gott, der freiwillig sagte, ich will Mensch werden und ich will zu den Menschen gehen. Das findet man nur im christlichen Glauben und nämlich nur in Jesus Christus. Und er hat meine Gefangenschaft zu Ende gebracht. Genauso wie die Israeliten damals. Und erlauben Sie mir und erlauben mir heute dich und sie direkt zu fragen, in welcher Gefangenschaft lebst du heute? Angst? Vergangenheit? Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir sind versichert und überversichert und trotzdem leben wir in Angst. In welcher Gefangenschaft leben wir? Wir jammern auf höchstem Niveau, obwohl Gott uns mit vielen Sachen beschenkt. beschenkt in vielen Sachen. Und Besonderes in dieser Zeit. In welcher Gefangenschaft lebst du? Unzufrieden? Zünnhaftigkeit? Die Sachen, die wir tagtäglich anschauen und wir wissen genau, wir sollten das nicht tun? In welcher Gefangenschaft lebst du? In welcher Gefangenschaft leben wir als Kirche? Corona kommt und lebt uns. Und was ich total vermisst habe in dieser Corona-Zeit, dass uns Christen, Nachfolge Jesu Christi, ist uns nicht gelungen, kreativ zu werden, um einen Unterschied in dieser Gesellschaft zu machen. Wir haben uns versteckt. Wir haben uns hinter den Türen sozusagen gesessen, ja. Durch Social Media und YouTube und so weiter und so fort. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber sind wir damit zufrieden? Und ich habe den Eindruck, manchmal man sagt, okay, meine Gemeinde nervt sowieso. Jetzt ist eigentlich von Gott gekommen. Ich sitze nur zu Hause und vor meinem Bildschirm und dann schaue ich Gottesdienst und chille ich einfach. Das habe ich vermisst in dieser Zeit, dass wir kreativ werden. Hier meinte ich nicht, dass wir die Gesetze missachten. Nein, absolut nicht. Wir sollen beispielhaft sein. Aber dennoch glaube ich, dass die Gemeinde Jesu Christi kann mehr. Nicht, weil wir können, sondern weil der in uns ist, kann mehr als das. In dieser Gefangenschaft war ich, als ich Muslim war, in diesem Fluss Keba. Genau so wie Hesekiel, weit weg von zu Hause, von allem, was ihm je wichtig war. Der Tempel, sichtbare Zentrum seines Glaubens war weg. Die Familie, die ihm Halt gab, die Mauer, die Tore Jerusalem, die ihm Sicherheit und Heilsgewissheit verschafft hatten. Und diese Corona-Zeit hat viele Sachen von uns weggenommen. Unsere Sicherheit von uns weggenommen. und wir stehen dort und wir können einfach nichts. Und glaub mir, das ist die Zeit, wo wir Gott rufen sollen. Wenn du und ich zu Ende kommen mit unserem Latein, dort kann Gott am besten anfangen, etwas zu tun. In deinem Leben, in meinem Leben. Genauso im Leben von Hesekiel. Das ganze Volk Israel war in diesem lebenden Zustand. Die Zerstörung ihres seitherigen Lebens und Umfeld. Genauso wie wir heute zutaten. In diesem schwierigen Zeit des Volkes damals, auch in meinem Leben und auch für uns heute, Gott hat drei Sachen getan, die ich ganz schnell sagen möchte, die auch sehr, sehr wichtig in meinem Leben geworden sind. Das Erste, was er Gott gemacht hat bei Hesekiel sagte, tat sich der Himmel auf und Gott zeigte mir Gesichter, Meraot Elohim. Gott hat ihm etwas Verborgenes gezeigt, Gott hat ihm gezeigt, wie er ist. Und heute bete ich, dass Gott seinen Himmel auftut. Für uns hier, in dieser Gemeinde, in Zindelfingen und die Menschen, die uns im Internet verfolgen, in Deutschland, überall, dass Gott seinen Himmel auftut, in dieser schwierigen Zeit. Und dass wir nicht nur den Tod sehen, dass wir nicht nur die Ängste sehen, dass wir nicht nur die Schrecken sehen, sondern Gott sehen. Gott sehen. Der Himmel tat sich auf. Und Hesekiel hat Gottes Gesicht gesehen. Im Neuen Testament hat sich der Himmel dreimal aufgetan. Wisst ihr, wo war das erste Mal, dass der Himmel sich auftan im Neuen Testament? Wie bitte? Bei der Taufe. Jesus Christus wird im Jordanland getauft und dann der Himmel tat sich auf und dann kam Gott der Vater und er sagte, er ist mein geliebter Sohn. Eigentlich von allem, was er über Jesus sagen könnte. Er hätte sagen können, der Messias ist da, der König ist da, der gekreuzigste. Er hätte viele Sachen über Jesus Christus sagen, aber er hat ausgerechnet eine Aussage gesagt, er ist mein geliebter Sohn. Und das ist genau, was der Islam ablehnt. Jesus Christus ist nicht der Sohn Gottes. Jesus Christus ist nicht Gott. Und genau diese Aussage hat Gott der Vater vom Himmel gesagt. Er ist mein geliebter Sohn. Geht's weiter? Tatsache der Himmel auch? Wann? Ja? Bei der Verklärung. Bei der Verklärung Jesu Christi. Mose und Elia waren da. Die Jungen Jesu waren da. Und Petrus sagte zu Jesus es ist sehr gut hier zu sein. Wir sind alle Kumpel und hier wir sind alle gläubig im Tal. Das ist schrecklich. Dort gibt Corona. Lass uns einfach hier bleiben. Wir wollen nicht dorthin gehen. Und dann tat sich der Himmel auf, weil Petrus für einen Moment war so begeistert, dass Moses da war. Petrus war ein Jude. Und er hat Moses gesehen. Und für die Juden gibt es nicht größer als Moses. Und plötzlich Jesus ist nur einer von drei geworden. Moses, Elia, Jesus, Mohammed, Buddha, was weiß ich. Und sie dachten so. Und dann Gott hat seinen Himmel aufgetan und sagte zu Petrus, wenn du denkst, dass Jesus Christ nur einer von drei Herrschaften du liegst, völlig falsch. Er ist mein geliebter Sohn. Jesus steht alleine mit niemandem zu vergleichen. Und dort steht wortwörtlich, als die jungen Jesu die Stimme Gottes gehört haben, sie haben Angst gehabt, sie gingen flach auf den Boden und dann kam Jesus Christus und sagte ihnen, früchtet euch nicht. Und dort steht wortwörtlich, und als die jungen Jesu Christi ihre Augen hoch erhoben haben, sie haben niemand gesehen, nur Jesus. Jesus. Nicht Moses, nicht Elias, nicht Corona, nicht die Probleme. Jesus. Jesus. Und das ist mein Gebet für mich tagtäglich. Wenn ich morgen aufstehe, aufwache, ich möchte nur Jesus sehen. Das heißt nicht die Probleme zu verdrängen, nein. Das heißt nicht, dass man einfach in einer Illusion lebt, nein. Sondern Jesus sehen. Jesus sehen. Jesus sehen. Und ich soll meinen Tag nicht starten mit meinen Whatsapp Nachrichten, die sozusagen den ganzen Tag verderben werden. Sondern mit Jesus. 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 steht alleine mit niemandem. Das dritte Mal, dass der Himmel sich auftat, im Apostelgeschichte, Stephanus. Stephanus wird gesteinigt, verfolgt und er blickt den Himmel und er hat genauso gehandelt wie Jesus. Er hat ihnen diese Sünde. Und während er gesteinigt worden ist, sah er den Himmel, der Himmel tat sich auf und was hat er gesehen? Jesus. In welchem Zustand? Stehen, nicht sitzen. Das ist der einzige Ort, wo steht, dass Jesus Christus stehen, stehen zur rechten Seite des Vaters. Er sitzt immer. Und wisst ihr, warum steht er? Ich glaube zutiefst, er ist stehen geblieben und ist er im Stehen, weil er Stephanus nach Hause willkommen heißen wollte. Jedes Mal, wenn wir verfolgt sind, jedes Mal, wenn wir in Bedrängnis sind, das gilt für unsere Geschwister in Iran, in Saudi-Arabien, in Syrien, in Afghanistan, in Pakistan, jedes Mal, weil ein Christ verfolgt ist, in China auch, der Himmel tut sich jedes Mal auf. Und Jesus bleibt nicht sitzen. Er steht auf. Und ich hoffe, dass Gott heute sein Himmel für dich, für mich tut, in dieser Zeit. Die zweite Sache, was passiert dort in Hesekiel 1, 2 sagt, und da geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel im Land der Chaldea am Fluss Keba. Er hat das Gesicht Gottes gesehen und hier hört er das Wort Gottes. Was gibt uns heute Orientierung? Die Nachrichten? Was gibt uns heute Orientierung? Fake News oder das Wort Gottes? Ich habe das vermerkt in diesen letzten Tagen. Jeden Tag, wenn ich meinen Tag anfange die Nachrichten zu hören, komme ich in Panik. Aber jeden Tag, wenn ich die Bibel, das Wort Gottes höre und danach die Nachrichten höre, dann habe ich etwas, wo ich diese Nachrichten filtern kann. Morgens kriege ich eine Verheißung von Gott. Und diese Verheißung trägt und prägt mich den ganzen Tag, egal welche Nachrichten kommt. Was prägt uns heute? Was gibt uns heute Kraft? Was gibt uns heute Orientierung? Bei Hesikiel war das Wort Gottes. Und drittens, was passiert, sagte, derselbe kam die Hand des Herrn, das ist alles in Hesikiel einst, kam die Hand des Herrn über ihn. Gott hat ihn berührt. Die Hoffnung, Gott hat uns nicht vergessen. Gott hat mich in meinem Elen im Sudan nicht vergessen. Und Gott vergisst auch seine Gemeinde im Nahen Osten auch nicht. Dort steht, es kommt die Zeit, wo Gott so sprach, ich will euch sammeln und wieder in euren Land bringen. Ich will euch mit Wasser bespringen und euch von euren Schuld rein waschen. Das ist genau, was Jesus Christus in meinem Leben gemacht hat. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist geben, auch in dieser schwierigen Zeit. Nicht ein Herz aus Stein, sondern lebendiges Herz aus Fleisch und Blut. Ein neues Herz, nicht mehr aus Stein, sondern aus Fleisch. Das Herz, nicht mehr, sondern einfach das Zentrum des Vernunfts, das Zentrum, wo wir Kraft geben können. Und heutzutage sehe ich auch hier in unserer Mitte, auch in dieser Gesellschaft, dass ein Mängel ein Herz und ein Herz aus Stein, biblisch gesprochen, das bringt nicht nur Gefühle, kalt sind, sondern bringt auch Gedankenlosigkeit und Dummheit in unserer Mitte, wo wir anfangen Familie zu definieren, wenn wir das Normal wird Unnormal und das Unnormal wird Normal in unserer Mitte. Hesekiel erlebte etwas Tieferes. In Hesekiel erleben wir einen Gott, der um uns ringt, erkämpft für dich, für mich, für uns. Er sagte, ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist hineingeben. Und es steht sehr oft im Buch Hesekiel ich will und das bedeutet, Gott sagt, ich kann, ich kann. Gott bringt zum Ausdruck, dass er etwas hineinlegen kann, sammeln, reinwaschen, wie eine Mutter und ein Vater, der seine Kinder kümmert, um seine Kinder kümmert. Paulus sagt auch im Neuen Testament, ich stelle euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille für uns ist. Ein neues Herz, neues Denken, neu orientieren. Inmitten dieser Herausforderung und der Spannung in unserer Gesellschaft momentan will Gott uns mit einem neuen Herz ausrüsten, neuen Geist ausrüsten. Er ist nicht der Geist der Fürcht, der Geist der Versagtheit und des Jammerns und auch nicht der Geist des Egoismus und Ausgrenzung. Es ist viel mehr der Geist Gottes, der Geist der Kraft und die Liebe und die Besonnenheit, die er unserem Leben bringt. Auch in dieser Welt, der sich so rasch verändert heute. Jeden Tag neue Nachrichten und ich hoffe, dass Gott dich und mich dein Herz und mein Herz berühren kann. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin im Nord-Sudan geboren, in diese islamische Gesellschaft, wo ich Menschen gehasst habe. Wo die Geschichte von Zakaria, was Sami vorher mich erinnert, davon erinnert hat, jemanden, den ich gehasst habe, nur weil er Christ war. Eines Tages habe ich ihm attackiert mit Freunden von mir und ihm fast zu Tote beschlagen. Wir ließen ihn im Wald zwischen Leben und Tod. Ich habe diesen Zakaria nie wieder gesehen und damals wünschte ich, dass er tot wäre. Bis eines Tages etwas in meiner Familie, etwas in mir passierte. mein Onkel ist Christ geworden. Und dann haben wir angefangen ihn zu verfolgen. Gläubiger Muslim, er ist Christ geworden. Und ich wollte ihn damals zurück zum Islam bringen und darum wollte ich diese Frage beantworten. Wer ist Jesus Christus wirklich ist? Und auf dieser Suche ist Jesus Christus mich begegnet. In einem Tag im Krankenhaus als ich neben dem Sohn meines Onkels saß, der tot krank war. Vier Wochen war er im Koma. Ich habe zu Gott, zu Allah gefliehen und gebetet. Bitte hilf ihm. Nichts ist passiert. Aber eines Tages tat Gott seinen Himmel auf. Für mich, für dieses Kind. Alle zwei koptische Christen, die in diese intensive Station reinkamen. Menschen, die ich gehasst habe. Menschen, die ich mit denen nicht zu tun haben wollte. Und ich habe sie gefragt, warum seid ihr gekommen? Und einer sagte zu mir, wir sind gekommen, weil wir gehört haben, dass dieses Kind krank ist und wir wollen für ihn beten. Ich wusste nicht, dass Christen beten. Und ich war so ignorant, zu wissen, dass Christen an Gott glauben. Und nur aus Höflichkeit. Ich habe zu ihm gesagt, ihr könntet beten und dann danach geht. Ich will euch nicht sehen. Und diese zwei koptischen Christen standen neben dem Bett von diesem Kind. Und sie haben im Namen Jesu Christi gebetet. Ein Gebet, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Sie haben im Namen Jesu Christi gebetet und sagten zu Jesus bitte heile dieses Kind. Und dieses Gebet hat mich innerlich berührt von zwei Gründen. Erstens weil diese Menschen mit Gewissheit gebetet haben. Sie haben mit Gott so geredet als ob sie ihn persönlich kennen. Ich habe gedacht wer sind diese Menschen? Und zweitens sie haben mit Liebe gebetet. Ich habe diese Menschen gehasst aber sie haben mit Liebe gebetet. Und ich habe gedacht wer sind diese Menschen? Und als sie Amen gesagt haben öffnete dieses Kind seine Augen zum ersten Mal in vier Wochen. Und in diesem Moment öffnete Gott meine Augen zu sehen wer Jesus Christus ist. Und in diesem Moment öffnete Gott sein Himmel für mich. Und einer von diesen beiden Kopten saß mit mir und hat mit mir über Jesus Christus geredet. Und er sagte zu mir Jesus hat nicht der Weg zu Gott gezeigt, sondern Jesus sagte ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. In diesem Tag habe ich mein Leben Jesu Christi anvertraut und Jesus hat mein Leben verändert. Er hat mich berührt. Er hat sein Wort in mir hineingebracht und sein Wort hat mein Leben verändert. Das brachte mich an ein sehr großes Problem auch mit meiner Familie. Meine Familie hat mich vor Tod deklariert. Ich existiere nicht mehr. Sie haben einen Sarg gebracht und sie brachten diesen Sarg zum Friedhof und sie haben mich dort begraben. Ich existiere nicht mehr für sie. Wo habe ich meinen Trost gefunden? Ich habe meinen Trost gefunden, als ich eines Tages vor meinem Grab gestanden bin, wo Gott mein Herz berührt und Jesus mich angesprochen hat. Und ich habe diese Stimme gehört, die von Jesus kam, die später ein paar Leute auch bestätigt haben. Und diese Stimme sagte zu mir, du bist traurig, weil du denkst, dass deine Familie dich begraben hat. Du weißt genau, das Grab, von dem du stehst, ist leer. Und weißt du, was mein Grab ist auch leer. Und weil das Grab Jesu Christi leer ist, es gab mir damals Hoffnung und es gibt mir heute Halt und er trägt mich mit Sicherheit auch morgen. Nicht meine eigene Kraft, sondern Jesus. Jesus. Der Tod für mich ist nur ein Weg, wie ich zu Gott kommen kann. Ich bin nicht lebensmüde, aber ich weiß, wenn mein Leben auf dieser Erde zu Ende kommt, dann gehe ich zu Jesus Christus. Und wenn ich heute sterbe, ich sterbe nicht, weil Corona da ist, ich sterbe, weil meine Tage sind vorbei. Und dann gehe ich zu Jesus Christus, der den Tod besiegt hat. Manchmal haben wir Angst und wir sind in Panik von dieser Pandemie, weil wir Angst vom Tod haben. Und warum haben wir Angst vom Tod? Weil wir keine Hoffnung haben. Aber jeder, der Heils Gewissheit hat in Jesus Christus, der den Tod besiegt hat, werden wir keine Angst vom Tod haben. Und der Beweis dafür, Jesus Christus ist vom Tod auferweckt worden ist und erlebt. Und wenn wir heute sterben, gehen wir zu ihm. ich hoffe, dass jeder von uns, der hier heute sitzt, weiß genau, wann meine Tage zu Ende kommt. Ich weiß genau, wohin ich gehe. Als ich Muslim war, wusste ich nicht. Als ich Muslim war, habe ich mich angestrengt, habe ich mich viele guten Taten gemacht, um zu Gott zu kommen. Aber ich war noch nie sicher, bin ich bei ihm gelandet, waren meine Gebete gut genug oder nicht. Und diese Glaubensgewissheit habe ich nur in Jesus Christus gefunden. Und ich sage bewusst Jesus Christus, nicht im Christentum, nicht in der christlichen Religion, nicht in der christlichen Tradition und nicht in irgendeine Ideologie, sondern diese Glaubensgewissheit finden wir nur in Christus. Egal, wie unsere Gemeinden heißen, egal, woher wir kommen, wir brauchen diesen Christus, der uns Halt gibt. Ich war einmal in Ägypten und in einem Abend begegnete ich einem Mann aus dem Sudan, der mich gefragt hat, woher ich gekommen bin. Und ich habe ihm meine Geschichte erzählt, wie ich euch heute erzählte. Und während ich das gemacht habe, dieser Mann fing an zu weinen. Und ich habe ihm gesagt, warum weinst du? Und er sagte zu mir, weißt du, wer ich bin? Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich habe dich noch nie gesehen. Und dann er guckt mich nochmal und sagte zu mir, ich heiße Zakaria. Es war dieser Klassenkamerad, begegnete ich ihm seit vielen, vielen Jahren. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war in dieser dunklen Nacht, als ich ihn fast zu Tote geschlagen habe. Und als er seinen Namen gesagt hat, ich könnte plötzlich die Verletzungen sehen, die ich ihm angestiftet habe. Und es war ein Moment in meinem Leben, wo ich nicht mehr leben möchte. Ich war tief innerlich beschämt. Und Gott hat mich mit meiner Geschichte konfrontiert. Und ich habe gedacht, dieser Zakaria wird mich zur Rechenschaft ziehen. Er wird mir erzählen, wie schlimm ich war, aber nicht er. Er hat etwas gemacht, was ich nicht erwartet habe. Er guckte mich an und sagte zu mir, Yassir, weil du mich so tief gehasst hast, ich habe immer für dich gebetet. Ich habe ihn gehasst. Er hat für mich gebetet, ich habe ihn verfolgt. Er hat für mich gebetet. Und ich bin heute morgen hier, weil jemand wie Zakaria für mich gebetet hat. Hass mit Hass zu begegnen, es ist nicht schwierig, aber Hass mit Liebe zu begegnen, dafür brauchen wir jemanden, der Jesus Christus heißt. Wie gehen wir mit Menschen, die uns nicht mögen? Wie gehen wir mit Situationen? Mit Menschen, die uns vielleicht weh getan haben? Menschen, die wir ihre Gesichter nicht sehen wollen? Menschen, die wir nicht mögen? sind heute meine Botschaft für uns alle, sondern diese Menschen zu Jesus Christus bringen. Und ich bin froh, dass Zakaria mich nicht gehasst hat, sondern er hat für mich gebetet. Ein Gebet, mein Leben verendet hat. Probier das mit Jesus Christus.